Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. V Wie... Ja, äh... wieder mit mir und mit... Alter! Mit Jonathan und mit Samuel natürlich auch. Ja, das Ende am letzten Part habt ihr ja bestimmt gesehen. Wollen wir sagen, was es war? Ja, die Kamera flog um. Und sie hat sich von automatisch ausgeschalten. Durch mysteriöse Gründe. Naja, dann müssen wir es halt noch mal machen. Also, einfach weitermachen, als wäre das die andere Part. Naja, okay. So viel ist ja nichts passiert. Ja, außer eine Kamera, die am Boden war. Aber nicht kaputt war. Denn sie war kaputt, wir nehmen gerade wieder kaputten Kamera auf. Nein! Na, okay. Ja, jose. Das wird wieder jetzt ein Fail-Part, ich sehe es schon vor mir. Ach nee, wir schaffen den Level. Hoffentlich bis... irgendwann bis zur Mittelfahrung. Nein, das wollte ich nicht. Vielleicht du zu zweit mitkriegst, ja. Ja. Da wären genauso Fails drin. So viele Fails drin. Ich denke, zu dritt geht das nicht. Theoretisch schon. Ja. Einer macht alles und die anderen stehen rum. Oder machen Blase im Verrückenden Farmer. Warte, 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 bleib da. Hui! Boah, das war glücklich. Ich geh sie holen. Boah! Ich will weiter nehmen. Boah, fuck! Tja! Schliedl! Nein! Es geht schon wieder perfekt los. Ja. Und wir gehen wieder zum Lakitu. Ach Gott. Ich hab immer noch Krämpfe im Käfer vom letzten Part. Cool. Hallo? Will der mich mobben? Ja. Ja. Endlich, Alter. Oh. Nur doch, langsam Zeit. Aua. Das war erschreckend. Ja. Jetzt auch noch Abgrund zwischendrin. Das ist mit dem Boot passiert. Er fand uns scheiße und ist weggerannt. Hat sich aufgelöst. Aufgehängt. Den letzten kannst du holen. Ja, danke. Vielen Dank. Die hol ich mir ab. Hahaha. Das ist lustig. Das ist lustig. Boim. Okay, dann wieder zurück. Ja. Das ist weg. In unserer alten Traube, ey. Oh mein Gott. Oh. Gott, ey. Die ist mein Level. Hahaha. Es ist nicht meine Burg. Die normalen Level sind immer einfach. Aber die Burgen sind dann im Gegenzug dazu schwer. Ja. Aber das hier ist ja schon ab und normal. Yay. Huh. Mo, da ist was. Fisch da ist. Jochi. Hahaha. Wie kommt der jetzt her? Weiß nicht. Haben wir noch nie ausprobiert. Pff. Okay, egal. Nein. Aber das ist durchaus ein Vorteil, ne? Bitte warte, Johannsapp. Oder auch nicht. Tja. 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 Ich komme. Holger und Holger mal leben, bitte. Okay, gut. Wtf. Nehm doch einer die Sternmütze. Alter. Alter. Ich komme. Ich lebe nur. Nein. Nicht. Ich fahre nur da. Warte. Alter, ich stell das vorhin die Kamera runtergefahren. Warte. Hahaha. Wir schaffen das sowas von echt. Oh, da fühlst du dein Geburst. Ah. Ja. Ja. Juhu. Wir brauchen diese Starcoin aber dort oben. Ah. Ich lebe. Ah. Fuck, wenn wir es darüber schaffen, haben wir es fast. Ah. 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 Nein. Aber trotzdem, es scrollt weiter. Ich bin verreckt. Geh mal einer weiter hier. Ich komme. Ja, dann geh doch weiter. Schnell. Wir haben Zeitdruck, sollte ich sagen. Warte. Oh. Oh. Ah. Schlechte Idee. Ich habe das einzig sein. Ah. Scheiße. Ja. Nein. Nein. Ah. So weit. So weit wie noch nie. Scheiße. Gibt es schon den Level überhaupt nicht mittelfahren? Ja. Wann kommt die später? Kurz vor erstens. Ja, genau. Direkt vor der Schiene fahren. Ja, kommt die mittelfahren. Oh Gott. Warum heißt es ja auch mittelfahren? Na ja. Macht zwar keinen Sinn, aber egal. Ich nehme mir den Yoshi. Ich will den Yoshi haben. Ui. Tod mit Yoshi sieht irgendwie fehl aus. Ich will aber nicht. Ja, genau. Warte. Lass mich mal. Ups. Alter. Wen soll ich mitnehmen? Mich! Alle! Okay, tschüss. Ey! Neh mich mit! Keine Lust mehr. Du? Alter! Ha! Alter! Ich bin schon zu dritt auf so einen Teil mitten in Yoshi. Ah! Das Abo ist nicht gedacht. Jetzt verstehe ich. Ah! Das war's. Fuck! Was macht das? Ja! Ja! Nein! Das war schlecht. Oh Gott. Tantale. Wir haben immer noch einen Pilz. Wir haben immer noch einen Pilz. Es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn es dunkel wird, dann sehe ich die Kamera nicht. Ja, stimmt so. Ja, stimmt. Darum wurde sie auch umgeschmissen. Ey, die wurde nicht umgeschmissen. Ich werde dich nicht dran bekommen. What? Alter, aber wie kann ich von alleine runtergefallen? Ich weiß. Doch, es ist ein Luster hier. Ja. Und ich kriege keinen Feuerblut. Ah! Scheiße! Ich muss noch irgendwie warten. Ich will hin. Ich will hin. Ich will wissen, wie es aussieht. Ja! Ja! Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ich nehme dich mal. Lass mich los! Nein! Was ist mit Yoshi? Egal. Nimm mich mit. Er ist ruhig. Mach mit. Wir alle lieben Yoshi. Hallo! Wollt's mit? Yoshi? Hör ab! Hör ab! Es reicht, wenn einer die Sternenlütze holt. Mega! Wir müssen auch mal weiterkommen. Oh, danke. Alter! Wir können doch nicht zu dritt stehen. Wir können alles. Wir können alles, wenn wir nur daran glauben. Fäng dich! Okay, vielleicht auch nicht. Jonas! Nein! 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 Verdammt! Oh, mein Failpart! Ach, die Pilze sind mir jetzt nicht fertig. Ich geh einfach so hoch. Das ist ja bisher schwerste Level. Ja. Ich hab ein Sternhaus gefunden. Ich hab ein Ständer. Nein, mich nicht. Okay. Dann halt auf ein neues. Boink! Meine, 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 meine! Danke! Halt dich auf! Nein, du nicht. Jawohl, die Yoshi wieder. Der Yoshi. Danke! 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 Nein! Fuck! Ja, toll! Danke, was? Was sind die überhaupt für Fliegedinger? Dumme, hässliche Fliegedinger. Ah! Ah! Immerhin kann ich gut ziehen und... Ja! 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 Vielen Dank! Joschi hat dich gepflegt. Ja! Ja, 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 gut. Ah! Wollt ihr mich allein... Wollt ihr mich alleine lassen? Ja! Ja! Ja, wollte ich... Fuck! Du musst überleben, Holger! Holger, dieser Druck ist zu groß für mich! Alles liegt an dir! Ah! Meine Fresse, Alter! Alter, ich stehe hier nicht mehr, wo ich einspringe! Ich auch nicht! Fuck! Sternmütze! Schnell, wir müssen noch dran! Ah! Nein! Nein! Alter! Hallo! Hier! Alter, warte, warte, warte! Egal! Hallo, magst du mal? Kleiner ist besser! Oh! Samui! Oi! Oh mein Gott! Meine Art hat nicht funktioniert! Joi! Fuck! Oi! Oh, Julian! Ja! Nein! Er schlägt ihn schlecht! Sogar jetzt noch weiter als vorhin! Ach du Scheiße! Wie lang? Zehn Minuten! Neun Minuten! Boah, Alter! Ich bin jetzt sowas von leid! Wer nicht! Wer nicht! Ja, der hat hier gut drin! Oh Gott! Oh Gott! Apropos Yoshi! Hallo! Yoshi! Ey, bist doch los! Hier! Hol ihn! Dann halt nicht! Ich will den Yoshi! Ich hab den Yoshi! Komm her! Guck mal, das sieht lustig aus! Ja, ich weiß! Das ist Yoshi! Haar, fette Hand! Schnell geh noch auf den drauf! Ich bin so ein Leichter! Ui! Oh, da! Ich hab mich noch mal hinten! Alter! Du! Wer war das? Das war ich! Ich stand hier nur da unten! Ui! Du! Nein! Das ist unglaublich! Das geht so weit! Wir werden es nicht schaffen! Vor allem sich zu dritt! Ah, Mittelfahne muss hier Pflicht sein! Ja! Vielleicht ist es wirklich clever, in dem es gar keine Mittelfahne gibt! Sag das nicht! Doch, ich glaub wirklich! Wow! Ey, ich hab nur noch ein Leben! Leute, ich sorg mal für Power-Ups, please! Das sind Power-Ups! Ey, ich mein Dings, äh... Verdammt! Ein Ups! Ja, mein ich ja! Ein Yoshi! Jetzt hab ich auch Power-Ups! Na ja, zu zweit ist es dann auch irgendwie einfacher, denk ich! Nichts gegen dich jetzt, aber... Äh, vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwie super! HeAh! 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 Johannes! Ja! Also sowas mit einem Stand, dass der Yoshi gleich wieder weg ist! Gein' einer weiter! Gein' einer weiter! Da geh ich halt. Löst jetzt Platz, wir müssen ganz weit vorne kommen. Da unten ist noch einer. Das war ein bisschen zu schnell von mir. What the fuck? Held me, Held Luigi, ich bin ja tot. Nein! Nein! Ach, nö. Okay. Oh, scheiße. Hat jemand Lust, die Kamera aufzuholen? Ich hab keinen Bock mehr auf den Part. Nein. Ich hab extra im Lauf. Oh Gott, das ist schon schlimm. Ich will sagen, wir haben keinen Propeller. Hey, mit Mini-Pilz können wir es doch schaffen. Machen wir? Alter, nein. Doch, wenn ich es noch eine probieren möchte. Ja, aber es ist auch nicht leichter. Doch. Da ist man zu. Nein! Nein, jetzt red ich! Na ja. Pfff. Oh, danke, Boss. Hallo. Ja, mein Freund. Ich bin so ein großes Ding. Hallo! Hey! Ich hatte auch nicht. Gar nicht cool. Ich schon. Guckst du den Yoshi? Ich will den nicht. Hey Yoshi, lässt mich im Namen selbst morden. Alter. Kommt ihr mal? Ah! Yoshi ist verdammt. Yoshi ist gleich wieder weg nach dem Ehren. Yoshi ist verdammt in diesem Leben. Nein! Oh nein! Oh nein! Fuck! Fuck! Was jetzt? Ja! 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 Nein! 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 Du bist doch... Alter! Töne! Irgendwie muss ich springen. Das alte Fliegeding war schon weg. So, jetzt nehmen wir die Mini-Pilze. Ich bin mal im Trott. Ich bin mal im Trott. Ich bin mal im Trott. Mini-Pilze! Let's go! Oh Gott! Dann scheint wieder die Schaden. Woah! 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 Yoshi! Dafür kriegst du Yoshi weiter. Nein! Na toll! Yoshi ist das Brutalste in diesem Leben. Nein! Nein, Yoshi! Ich bring da Butter! Woah! Nein! Ja, danke! Ich musste auch irgendwer an die Stacke machen. Ah ja, muss weitergehen. Jo, das sag ich weiter. Juhu! Guck mal, ich hab schon wieder keinen abgekriegt. Nein! Finger! Juhu! Lasst mich alleine! Wunderbar rein! Okay, jetzt kommt der Mini-Pilz zum Einsatz. Ach! Oh Gott! Die Sonne ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Okay. Verblöd. Verblöd, dass man mit einem Stern runterfallen kann, sonst kann man einfach durchfallen. Das finde ich nur das Behälte dabei. Ach du Scheiße! Hui! Hui! Boah! Eine neue Welt! Ich bin gegen die imaginäre Wand gelaufen. Guck! Hui! Das Springen geht dann irgendwie leichter. Ja! Wieso haben wir das nicht von Anfang an gemacht? Boah! Und das Rutschen geht auch leichter. Ja! Oh! Oh! Nein! Alter! Kann es sein, dass man da fast fliegt, wenn man schüttelt? Oh! Kommt hier! Warte! Nein! Mein Mini-Stern ist weg! Mini? Äh, Pilz! Mini-Stern! Mini-Stern! Warte! Warte! Hey! Hey! Fuck! Alter, boah! Ach Scheiße auf die Sternmütze! Hauptsache wir überleben das! Ne, jetzt haben wir sie! Mua! Ne, ist wirklich leichter mit Mini-Pilz! Ja, das haben wir doch gesagt nun! Ja, aber ich hab euch nicht getraut! Und ich hab keinen Mini-Pilz mehr! Mini-Stern! Nein! X-Strainer! Mua! Mua! Wiii! Nein! Alter! Du gehst hier drauf! Hahahaha! Ich wusste nicht! Ja, gell! Okay! Nochmal Mini-Pilz! Ja! Oh, Alter! Nein! Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schaffen wir es! Nicht! Aber wir haben noch vier Mini-Pilze in Reserve! Das ist nämlich Reservenhaltung! Hallo! Hallo! Kamala! 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 Oh, Feil! Ach, nee! Oh! Oh, perfekt! Guck mal! Schüttel mal, wenn du... Hahahaha! Dankeschön, Olga! Bitte! Schüttel mal, Jonathan! Dann flieg mal halber! Gell? Oh, verdamm! Voll übel, gell? Ich bin fast in das Fliegelding... Warte! Ich will wieder Mini sein, aber nein! Holger musste mich töten! Ja, ich... Ich kann hier keine Ausrede finden! Boah! Wo flieg ich? Wo bin ich? Wer geht sich opfern für die Starcoin? Nein! Ah! Ich geh schon! Nein! Boah! Fuck! Ich hab ja keine Ausrede! Das war mein letztes Leben! Wer wäre es gewesen? What the? Oh Gott, ich komme! Was? Was? Du hast gestorben! Ähm... Ja, okay... Okay... Ja... Damit hätte nicht ich sterben können, dann hätte ich einen Extraanlauf gekriegt! Extraanläuflein! Okay... Dann halt... Nicht in die Hose sammeln! Okay, dann ein erneutes! Fliegen! Hu! Hu! Aber lieber, ganz lang! Pah! Jetzt ist Jonathan weggearscht! Vielen Dank auch! Kann ich sein, dass ich noch keinen Minipilz verloren habe! What?! Das war die... Das war die Rache, Holger! Spass! What?! Lass das Jonathan bitte! Okay... Ich hab dir nichts getan, du bist auch nicht gesprungen, da kann ich jetzt auch nichts machen! Du bist nur nicht mitgespielt, da wird nichts passiert! Ich glaub nie... Wenn man mich... Wenn man sich nicht sieht, dann... Also... Als Stufigur, wenn man Mini ist, dann ist das voll brutal... Holger! Elf uns! Ja! Erzähl, dass Holger die ganze Arbeit macht! Ja, mehr oder weniger! Ja, danke! Erzähl, dass ich immer in der Blase bin, wenn die... Wenn die One-Up-Dinger kommen! Ja! Stimmt! Lass mit vor! Wo bin ich?! Nein! Alles fängt an Samuil! Sprich auf das Rote! Die sind alle rot! Ja! We are here! Nein! Nein! Ich lebe! Du bist immer noch Mini! Wie episch! Oh, ich kann's halt! Nein! Du kannst doch nicht! Wart auf mich! Wart auf mich! Ich baue ein paar ab! Alter! Nein, nein, nein! Ich will nicht das Großpilz haben! Ja, okay! Hey! Warum überlass die Mädels das One-Up? Keine Ahnung, ich bin One-Up-Süchtig! Haha! Und ich bin immer in der Blase, wenn das One-Up kommt, das produziert mich voll! Ja, du Filmmaschine! Alter! Gehst du mal weg! Hey! 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 Ey, so weit waren wir noch nie, oder? Ja! Okay, alle lang! Oh! Am geilsten war ich! Geh auf das Rote! Geh auf das Rote! Die sind alle rot! Alter, jetzt wird's brutal! Geh einer nach unten! Geh einer nach unten! Ich bin hier unten! Ja, ey! Ja! 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 We did it! Sabulett! Komm schon! Bitte ist der Leil vorbei! Oder irgendwie ne... Fahne! Nein, lass! Oben oder unten? Nein, bleibt einfach mal dort unten! Ihr kommt dort oben! Okay, gut! Hoffentlich haben wir's, weil wir haben ja schon alle Stämmerzen, Alter! Ja! Ja! Warte! 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 Nein, egal! Ja! Ja! Endlich! Oh, episch! Juhu! Und du hast es geschafft, nicht zu sterben, Sam! 20 Minuten schon! Cool! Wie lange darf man? Unendlich! Oh, gut! Warte! Was wollen wir noch? Das Sternhaus! Warst du da was mit 15 Minuten? Nein, das ist die Chance, wenn wir haben... Ah! Und da kann man eine Abkürzung, um in die... in das Schloss reinzukommen, also kann man schon gleich spielen, aber... Nee! Okay, und gehen wir doch bis Sternhaus? Ja! Jo! Boah, das ist alt! Du hast es geschafft, ein Weltwunder! Das müsst ihr euch nochmal angucken! Diese Fades! Naja, okay! Oh! Stern! Ich auch! Okay! Unten gab's ja auch noch einen Stern! Ein Haus! Ja, ich hol's mir mal! Du kannst auf der Karte eins drücken! Wow! Zehn Stern! Gleich elf! Wenn wir es... wenn wir es schaffen, den zu besiegen! Und drei Pilze, wenn es gut geht! Hoffentlich! Okay, der Boden ist wieder vollends da! Muss aber nichts heißen! Ich kill die mal alle! Wir springen hier ein bisschen wieder hoch! Ja! Neun Sekunden! Juhu! Ja schon wieder! Zum Glück ist die Kamera in diesem Part noch nicht umgefallen! Das ist wirklich gut! Okay! WUSCH! Ja, alles klar! Okay! Ich dachte nur bei der Couch, ich hätte mich fast auf den Boden gehauen! Ich hätte jetzt eben die Kamera fast wirklich umgeschmissen! Alter! Alter! Jetzt hab ich nach meinem Hals geknackt! Alter! Okay! Dann hätten wir das! Und dann fehlt es noch das Schloss! Das Level da! Das eine Level da! Und nochmal ein anderes Level! Ja! Gut! Dann sag ich mal tschö! Und wir sehen uns wieder im nächsten hoffentlich nicht so verfehlten Part! Tschö! Tschö!